Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vielleicht kennt ihr das auch. Der Film ist im Kasten, es wurde sorgfältig auf jedes Detail geachtet beim Dreh. Ihr seid beim Schnitt und stellt fest, oh mein Gott, Puzzle auf dem T-Shirt oder Flecken auf der Wand. Aber verzaget nicht, hier kommt der Patch Replacer zu eurer Rettung. Wir sind in der Vinture Result 17 in der Color Page. Unser Clip ist die Nahaufnahme einer Dame. Und der Kunde sagt, natürlicher Look, schön und gut, aber ich hätte gern ein paar Unreinheiten bereinigt. Jetzt kann man sich natürlich über Sinn und Unsinn einer solchen Maßnahme trefflich streiten, aber in dem Fall gilt, das Kundenwille ist sein Himmelreich. Und ich zeige euch mal, wie man das schnell und einfach in der Color Page machen kann. Wir erstellen einen neuen Note, gehen in unsere Effekte, wenn ihr das nicht seht, und oben auf das FX-Icon klicken und suchen nach Patch Replacer. Den schmeißen wir hier rauf. Und das kennt ihr jetzt wahrscheinlich von Photoshop. Das ist sozusagen ein Clone Tool. Hier habe ich einmal meine Destination, also wo soll das Ganze hin, und einmal habe ich meine Quelle. Das kann ich mir sehr fein einstellen, wenn ich das möchte. Ich kann ja noch umschalten zwischen Rechteck und Ellipse und Alpha Channel. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze eingefügt werden soll. Die besten Erfahrungen habe ich tatsächlich gemacht mit Blend Clone. Ich könnte die Ecken noch ein bisschen bluren. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Und schon ist der erste Fleck relativ wirksam entfernt. Ich würde den jetzt noch ein bisschen größer machen. Jetzt machen wir das Gleiche für den zweiten Fleck. Hier läuft es ein bisschen raus. Das Schöne an der ganzen Sache ist, ich kann hier alles Mögliche animieren. Ich kann also Keyframes setzen. Und somit die Stabilisierung ausgleichen. Wäre das eine echte Produktion, würde ich jetzt nochmal rangehen. Es geht mir nur darum, euch das Ganze zu verdeutlichen. Der Patch Replacer eignet sich hervorragend zum Entfernen von zum Beispiel Flecken auf Kleidung, Fussel- oder Essensflecken, Entfernen von Logos oder auch für kleinere Schönheitsreparaturen. Einziger Wermutstropfen des Patch Replacers. Ihr braucht dazu die Studio-Version. Jetzt zeige ich euch noch einen Power-Tipp, wie wir uns die Arbeit erleichtern können. Und zwar, indem wir DaVinci Resolve den Effekt tracken lassen. Wir machen einen neuen Node. Hauen den Patch Replacer drauf. Grob eingestellt, so wie wir es vorher hatten. Jetzt gehen wir in das Tracking-Window rein und wählen hier den Modus FX aus. Dann gehen wir in den Interactive-Modus, erhalten ein Kreuz, wo wir einen Punkt definieren können und wählen uns hier mal diesen Fleck aus. Dann lassen wir Resolve seine Arbeit tun. Und voilà, wie von Zauberhand bewegt, ist das Ding automatisch verschwunden. Also ein schönes Feature, das einem viel Arbeit abnehmen kann. Hier haben wir eine Aufnahme für ein EPK gedreht beim Bayerischen Rundfunk. Und da war uns beim Dreh schon klar, dass die Wand hinten etliche Macken hat. Das konnten wir aber vor Ort auf die Schnelle nicht beheben. Also haben wir das Ganze hinterher in der Software gemacht. Auch hier wieder mit dem bewährten Patch Replacer. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier vier Patch Replacer gleichzeitig eingesetzt. Schaut mal die Malerei nach ein. Das ist der erste. Vorher, nachher. Das ist der zweite. Und so haben wir die Wand halbwegs sauber bekommen. Da merkt jetzt keiner mehr was. Noch ein kleines Beispiel für den Patch Replacer. Wir haben hier eine stimmungsvolle Szene am Beach. Und mich stören aber ein paar von den Dreckflecken, die wir hier im Sand so prominent sieht. Das könnten wir hier, um uns das Leben leichter zu machen, das Bild stabilisieren. Wir gehen mal auf Camera Lock. Wunderbar. Und jetzt machen wir genau das gleiche, was wir vorher schon gemacht haben. Wir machen uns eine Serie von Patch Replacer Nodes. In dem Fall arbeiten wir mit parallelen Nodes. Dann ist unser Node Tree sehr viel aufgeräumter. Wie geht los? Und zwar geht. Ja, bei ihnen ist das Grund. Wir gehen mal über денег, fast Давайте schiehen. Und dann sind wir Blitz. Bis zumachen. Wir Brazil schauen wir uns mal rausgehen. Wir nehmen die Eis- und hier haben aber alle Sch hjälpt. Und ein letzter Note soll uns genügen. Und schon ist unser Bild sehr viel aufgeräumter und cleaner als vorher. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Wenn's dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Solltest du jetzt Lust bekommen haben, tiefer in die Materie einzusteigen, es gibt einen Videokurs von mir, Color Grading Basics, bei Udemy. Dort gibt es 4,5 Stunden geballte Info für einen schmalen Thaler. Bis bald. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.